Die Overlay-Funktion Mit PDF-Exchange ist es ein einfaches, PDF-Dokumente mit einem entsprechenden Briefkopf zu versehen. Dies geht sogar mit dem Druck von Unterlagen aus Programmen, die gar keine Grafiken unterstützen. Und so geht es. Um zum Beispiel einen Briefkopf zu erstellen, müssen Sie als erstes eine PDF-Datei mit dem gewünschten Briefkopf erstellen. Öffnen Sie also zum Beispiel MS Word und erstellen Sie den gewünschten Briefkopf und speichern dieses Dokument als PDF-Datei. Um nun zum Beispiel eine Rechnung mit dem soeben erstellten Briefkopf zu ergänzen, öffnen Sie dieses Dokument und wählen Sie den Befehl Datei drucken. Stellen Sie sicher, dass PDF-Exchange-Printer 2012 als Drucker aktiv ist und wählen Sie Eigenschaften. Wählen Sie nun Überlagerungen und klicken Sie auf Mit einer existierenden PDF-Datei überlagern. Dann klicken Sie auf Wählen und wählen nun die zuvor erstellte PDF-Datei mit dem Briefkopf. Sie finden weitere Einstellungsmöglichkeiten weiter unten. In der Regel können diese jedoch so belassen werden. Klicken Sie nun auf OK und bestätigen Sie anschließend den Druck, um die PDF-Datei zu erstellen. Die PDF-Datei sollte nun wie folgt in der PDF-Vorschau erscheinen.